Phaeton versuchte sich auf die Kondensstreifen am Himmel zu konzentrieren, um ihnen zu folgen, wie ihm sein Dad geraten hatte. Aber das wurde nach spätestens fünf Minuten langweilig. Außerdem, selbst mit voll aufgedrehter Klimaanlage und mit seiner magischen Sonnencreme, war der Wagen mega heiß. Bald schon fühlte sich Phaeton schwitzig, reizbar und zittrig. »Mir ist langweilig«, sagte Phaeton, »das hier ist langweilig!« Das klingt vielleicht unglaubwürdig, aber ich kann es nachvollziehen. Die meisten Halbgötter haben ADHS. Egal wie fantastisch oder furchterregend ein Erlebnis ist, nach ein paar Minuten sind wir bereit für etwas Neues. Trotzdem, wenn man in einem tausend Grad heißen Feuerwagen des Todes durch die Stratosphäre saust und dann sagt, »Mir ist langweilig«, fordert man das Schicksal vielleicht ein bisschen heraus. Phaeton schaute auf die Erde weit unter sich hinab. Die Aussicht war herausragend. Er war noch nie so hoch gewesen. Kein Sterblicher war das. Es gab ja noch keine Flugzeuge oder so. Er war sich relativ sicher, dass er die blaue Linie des Nils sehen konnte. Seine Heimatstadt wäre dann etwa in der Mitte, ungefähr hier. »Hey, Epaphos«, rief er hinab, »wie gefällt dir diese Karre?« Aber natürlich konnte Epaphos ihn nicht hören. Niemand zu Hause würde wissen, dass Phaeton die Sonne gefahren hatte. In ein paar Tagen nach der aufregendsten Erfahrung seines Lebens würde Phaeton heimkommen und damit angeben, aber niemand würde ihm glauben. Er wäre genau da, wo er angefangen hatte, belächelt, ausgestoßen und gezwungen, Schutzhelm und Schwimmweste für den Rest seines behüteten, langweiligen Lebens zu tragen. »Außer«, er grinste, »außer ich mach was Ungewöhnliches, das beweisen würde, dass ich den Wagen gefahren hab.« Die Pferde erreichten den Zenit ihres Wegs. Der Himmel darüber war schwarz, die Luft war dünn, aber ich glaub nicht, dass man Sauerstoffmangel zur Verteidigung für das anführen kann, was Phaeton als nächstes getan hat. Sein fataler Fehler war Unbesonnenheit. »Ziemlich offensichtlich, oder?« »Sicher kann man seiner Mom und Schwester vorwerfen, dass sie überfürsorglich gewesen waren. Vielleicht hatte ihre ständige Sorge ihn ins Draufgängertum getrieben, aber vielleicht hatten sie ihn auch nur gut genug gekannt, um zu wissen, was passieren würde, wenn sie je nicht mehr über ihn wachten. Wie dem auch sei, Phaeton dachte, es wäre doch toll, wenn er niedrig genug über seine Heimatstadt fliegen würde, dass er zu den Leuten rufen konnte, wer da gerade auf dem Fahrersitz saß. »Runter«, befahl er den Pferden. Die Pferde rannten ja schon viel zu schnell. Sie waren verwirrt und verärgert, dass der Fahrer nicht die übliche feste Hand an den Zügeln hatte. Aber sie kannten ihren üblichen Weg und behielten ihn stur bei. Phaeton griff nach der Peitsche. Er schwang sie. Flammenzungen fegten über die Hinterteile der Pferde. »Runter!« Die Pferde schnaubten und wiherten, als würden sie sagen, »Du hast es so gewollt, Kumpel!« Sie gingen runter. Glücklicherweise hielt Phaetons linke Hand die Zügel fest. Sonst wäre er aus dem Wagen geschleudert worden, zusammen mit der Peitsche, den Bodenmatten und der CD-Sammlung seines Vaters. Er schrie, als er der erste Mensch wurde, der Schwerelosigkeit erlebte. Aber ein Teil von ihm war aufgedreht. Er konnte seine Stadt nun deutlich erkennen. Die Häuser, der Palast und die Rennstrecke kamen nun alle ins Blickfeld, während er auf die Erde zutaumelte. »Sie werden mich erkennen!« schrie er. Oh ja, sie erkannten ihn. Der erste Hinweis war, als die Palmen Feuer fingen. Dann begann der Nil zu kochen. Die Reetdächer der Häuser gingen in Flammen auf. Phaeton musste mit Schrecken zuschauen, wie der ganze Nordteil Afrikas, der immer grün und saftig gewesen war, verdorrte und abbrannte, sich in eine große Wüste verwandelte. »Nein!« mummelte er. »Nein, nein, 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 nein! Hoch! Geht hoch! Komet, Blitz, wie auch immer ihr heißt!« Die Pferde mochten das nicht. Sie bockten und drehten ab, schüttelten den Wagen von einer Seite zur anderen, in der Hoffnung, ihren dämlichen Teenager-Fahrer rauszuwerfen. Eher durch Glück als durch Verstand schlugen sie den Weg nach oben ein. Sie erklommen den Himmel über Europa. Je höher sie kamen, desto kälter wurden die nördlichen Teile des Kontinents. Schnee sammelte sich auf den Berggipfeln. Gletscher breiteten sich über die Landschaft aus und verschluckten ganze Städte. Die Temperatur innerhalb des Streitwagens sank auf ein unangenehmes Niveau, was nicht gut war, denn eigentlich sollten ja 150 Grad herrschen. Frost bildete sich auf dem Zaumzeug der Pferde. Ihr Feueratem wurde zu Dampf. Im mittäglichen Himmel erschienen Sterne. Monströse Sternbilder in Gestalten amoklaufender Stiere, züngelnden Schlangen und Skorpionen, deren Stacheln zustachen. Ich bin nicht sicher, was Phaeton da oben im Weltraum gesehen hat, aber was es auch war, es machte ihn irre vor Angst. Er erkannte zu spät, dass er sich niemals hätte wünschen sollen, diesen Streitwagen zu lenken. Er wünschte, nie geboren worden zu sein. Bitte, betete er, laß mich einfach zu meiner Familie zurückkehren. Ich werde mich ab jetzt immer benehmen. Unten auf der Erde beteten die Sterblichen ebenfalls. Der kürzeste Morgen der Geschichte war in den längsten und schlimmsten Nachmittag aller Zeiten übergegangen. Die südlichen Teile der Erde waren verbrannt und unfruchtbar. Die nördlichen waren gefroren und eisig. Leute starben, Felder brannten nieder. Die Urlaubspläne der Menschen waren ruiniert. Die Meteorologen hatten sich alle auf dem Boden der Fernsehstudios zusammengerollt und heulten und kreischten hysterisch. Manchen Versionen der Geschichte zufolge hatte Phaetons kleiner Roadtrip den Menschen in Afrika die Haut verbrannt, so dass sie dunkler geworden ist. Ich bin mir da nicht so sicher. Ich schätze, die Griechen hatten damit versucht zu erklären, warum Menschen unterschiedliche Hautfarben haben. Aber ich denke, dass es genauso gut hätte sein können, dass die Menschen ursprünglich alle dunkelhäutig waren und irgendein Gott der Wäscherei die Europäer aus Versehen in Bleiche getunkt hat, so dass sie weiß wurden. Jedenfalls hatte Phaeton jetzt total die Kontrolle verloren. Die Sonne schlug Purzelbäume am Himmel und fuhr Slalom. Die Sterblichen schrien Gebete zum König der Götter. Hey Zeus, wir sterben hier unten! Hilf uns mal! Zeus saß in seinem Thronsaal und war in die neueste Ausgabe von GQ, Göttliches Quartalsblatt, vertieft. Aber als er so viele Menschen gleichzeitig seinen Namen rufen hörte, schaute er aus dem Fenster. Heiliges Ich! Er sah ganze Städte brennen, Leute sterben, Meere brodeln und seine Tempel zu Staub zerfallen. Meine Tempel! Nein! Welcher Irre fährt denn da die Sonne? Er nutzte seinen göttlichen Superblick und zoomte auf den Streitwagen. Er erblickte sofort den schlachsigen Burschen an den Zügeln, der keinesfalls Helios war. Mann, ich hasse Fahren ohne Führerschein! Hey Ganymed, komm mal her! Das Königsmundschenk schob seinen Kopf in den Saal. Ja, Chef? Bring mir einen meiner Blitze. Die sind drüben am Ende des Tischs im Korridor, neben meinen Schlüsseln. Hey, wie groß soll er denn sein? Hm, bring mir einen Zehner! Ganymeds Augen weiteten sich. Zeus holte so gut wie nie einen Kaliber-10-Blitz heraus. Sie waren für besondere Anlässe reserviert, wie Hochzeiten oder Armageddon. Eine Minute später kam Ganymed zurück und schleppte einen Zylinder aus Himmelsbronze, der Größe einer Trägerrakete, hinter sich her. Zeus hob ihn auf und zielte sorgfältig. Er musste den Fahrer treffen, ohne den Streitwagen zu zerstören. Er wusste nicht, was passieren würde, wenn er die Sonne zerstörte, aber er ging davon aus, dass es nichts Gutes wäre. Dennoch, der Wagen war außer Kontrolle. Er zerstörte seine Tempel und einige seiner Lieblingsstatuen von sich selbst. Das verlangte drastische Maßnahmen. Fethons letzte Worte, bevor er vom Himmel geholt wurde, Aber vielleicht nur ein winziges bisschen, dachte er auch, den Göttern sei Dank. Schließlich wusste er, dass sein Ausflug enden musste. Er brachte seine Familie und die gesamte Menschheit in Gefahr. Er war außer sich vor Angst. Keine Achterbahnfahrt kann ewig weitergehen. Selbst der mega aufregende Adrenalinrausch des feurigen Todes nicht. Ein heller Strahl, dann war es vorbei für Phaeton. Zeus schoss den Jungen sauber aus dem Streitwagen. Seine Leiche fiel als feuriger Komet zur Erde. Ohne den nervtötenden Fahrer zogen die Pferde den Sonnenwagen zurück in den Stall. Brand, Morgenrot, Feuer und Flamme nahmen an, dass sie für die gute Arbeit des Tages mit Feuerkarotten und geschmolzenem Hafer belohnt würden. Nach dem Tag der verrückten Sonne war das Leben nie wieder dasselbe. Die Götter hatten eine Krisensitzung, um über die Sicherheitsbestimmungen für Streitwagenfahrer zu beraten. Helios trauerte um seinen Sohn. Sein Herz wurde schwer. Anstatt selbst dafür die Schuld auf sich zu nehmen, dass er Vätern überhaupt erst hatte fahren lassen, beschuldigte er Zeus, dass er seinen Sohn getötet hatte. Komisch, wie Götter und Menschen das manchmal tun. Ich werde die Sonne niemals wieder fahren, verkündete Helios. Jemand anderes soll diese dämliche Arbeit übernehmen. Kann sein, dass die Leute von diesem Zeitpunkt an Apollo als den Sonnengott verehrten, denn Helios kündigte fristlos, ohne arbeitslosen Geld oder eine Abfindung. Oder vielleicht flehten oder bedrohten ihn die Götter, sodass Helios seinen Job noch eine Weile behielt. Wie auch immer, Helios ließ nie wieder eins seiner Kinder den Streitwagen fahren oder sich an seiner CD-Sammlung vergreifen. Was Phaetons brennenden Leichnam angeht, so sahen seine arme Mutter und sieben Schwestern ihn jenseits des nördlichen Horizonts niedergehen. Klümene wusste, dass ihr Sohn tot war. Niemand überlebte einen Blitz von Zeus. Aber die sieben Heliaden beschlossen, dass sie nicht eher ruhen konnten, bevor sie die Leiche ihres Bruders gefunden hatten. Monatelang wanderten sie, bis sie in der Wildnis Norditaliens ankamen. Dort, in der Nähe der sumpfigen Mündung des Po, fanden sie die letzte Ruhestätte ihres Bruders. Zeus' Blitzstrahl hatte den Halbgott aus irgendeinem Grund in eine nicht enden wollende Treibstoffquelle verwandelt. Sein Körper schwelte und rauchte, aber löste sich nie auf. Er war in einen kleinen See gefallen und am Grund liegen geblieben. Dort lag er, auf ewig brodelnd. Er heizte den See auf, erzeugte Blasen aus giftigem Gas, die an die Oberfläche trieben und die ganze Gegend vergifteten. Selbst die Vögel, die über den See hinwegflogen, fielen tot vom Himmel. Die sieben Heliaden standen am Ufer und weinten. Es gab keine Möglichkeit, Phaetons Leiche zu bergen, aber sie weigerten sich, ihn zu verlassen. Sie aßen nichts und tranken nicht. Schließlich hatte Zeus Mitleid. Obwohl Phaeton irgendwie ein Idiot gewesen war, wusste der König der Götter die Loyalität der Schwestern für ihren Bruder zu schätzen. Ihr werdet für immer bei ihm sein, sagte Zeus. Ihr werdet das Denkmal der Ereignisse des Tages der verrückten Sonne sein. Die Schwestern verwandelten sich. Ihre Kleider verhärteten sich zu Borke. Ihre Zehen wurden länger, schlugen Wurzeln. Ihre Haare streckten sich himmelwärts und bekamen Zweige und Blätter. Ihre Tränen wurden goldenes Haar, das zu Bernstein wurde. Darum heißt bei den Griechen Bernstein auch der Stein des Lichts, weil er von den Tränen der Töchter der Sonne produziert wird. Heute weiß niemand mehr, wo genau dieser See sein soll. Vielleicht ist er im Meer versunken oder im Sumpf. Aber damals, vielleicht hundert Jahre nach dem verrückten Sonntag, segelte ein anderer Held namens Jason den Po auf seinem Schiff hinauf, der Argo. In der Nacht hörte er die Bäume weinen, ein geisterhaftes Heulen, das seine Mannschaft vor Angst in den Wahnsinn trieb. Die Gase aus dem See waren so giftig wie eh und je. Ein unheimliches goldenes Licht schien vom Grund des Sees hinauf, wo Phaetons Leiche immer noch schwelte. Aber wir reden später noch ausführlich über Jason. Jedenfalls wisst ihr jetzt, warum Phaeton nie seinen Führerschein bekommen hat. Die Moral von der Geschichte, hm, wer die Erde kaputt macht, wird ratzfatz angehalten. Oder vielleicht, mach deinem Kind keine dämlichen Versprechungen. Oder vielleicht, wenn deine Mom überfürsorglich zu sein scheint, ist es möglich, dass sie dich besser kennt, als du glaubst. Das musste ich hier schreiben. Meine Mom nickt und murmelt Danke. Also, das war Phaeton. Ein nettes, unglückliches Ende mit tonnenweißen Toten. Geht's euch jetzt besser? Gut. Denn wir sind noch lang nicht fertig. Die männlichen Helden hatten nämlich kein Monopol, was Massaker und Zerstörungen angeht. Gehen wir doch als nächstes ins Land der Amazonen und schauen uns die liebreizende Killerin namens Otrera an. Gehen wir doch noch mal nicht beginnen. Geefezement. the Vielen Dank.